hallo zusammen und willkommen zu diesem video heute das video zum 15.000 abonnenten special und zwar mit der auslosung der drei gewinner für jeweils einen landsball und hier mein komplettes steckfilter system wenn ihr mitgemacht habt wenn ihr mir ein tolles kommentar da gelassen habt dann bleibt dran denn wer gewonnen hat das erfahrt ihr jetzt bei mir im video als dankeschön für 15.000 abonnenten hatte ich euch ein video gemacht habe ich gesagt ich möchte an euch ein bisschen was verschenken und zwar zwei landsballs von der firma navaris und ein komplettes steckfilter system mit vier entsprechenden steckfiltern also zwei in den filter und zwei in die verlaufsfilter was musste wir machen ihr habt einfach mal ein kommentar gelassen und aus all diesen kommentaren dass ich glaube es waren über 500 kommentare auch dafür natürlich dankeschön für eure mühe für die tollen kommentare auch die ihr da gelassen habt suchen wir jetzt heute in diesem video drei gewinner aus machen wir das ganze das ganze funktioniert natürlich nach dem zufallprinzip und zwar habe ich mir hier ein plugin installiert von tubebuddy und das ganze blende ich euch hier oben gleich mal ein und da kann ich eben aus den ganzen kommentaren unter dem video entsprechend jeweils einen gewinner heraussuchen das ganze nennt sich pick winner und damit es ein bisschen spannend bleibt verlosen wir jetzt die ersten beiden sachen und zwar als allererstes verlosen wir hier mal die beiden landsballs also die ersten beiden die ich jetzt herausziehen werde die ersten bei gewinnern kriegen von mir jeweils einen landsball von der firma navaris das ganze machen wir jetzt mal ich blende euch hier oben ein und zwar mache ich das jetzt mal auf das plugin hier und dann seht ihr schon pick a winner und da unten gibt es ein button können wir aufdrücken und dann sucht er uns jetzt quasi nach dem zufallprinzip einen gewinner heraus und das machen wir jetzt mal und zwar klicken wir das mal hier an und dann sucht die software moment und dann haben wir hier unseren ersten gewinner und zwar matthias bouillon ich hoffe ich spreche es richtig aus klingt ein bisschen französisch matthias wenn es nicht richtig ausgebrochen ist sei nicht sauer aber du hast auf jeden fall einen der navaris landsballs hier gewonnen gewonnen herzlichen glückwunsch auf jeden fall dazu zweiter gewinner des landsballs den losen wir jetzt mal aus auch hier wieder mit pick winner und dann gehen wir hier rauf und dann sagt mir die software herzlichen glückwunsch wp zimmermann wp zimmermann ja auch herzlichen glückwunsch du hast einen der beiden landsballs gewonnen und zum schluss kommen wir jetzt hier noch zum highlight quasi zu dem filtersystem steckfiltersystem mit entsprechenden zwischenringen hier schon eigentlich für jeden für jeden das gängige format was gibt von objektiv und dann entsprechend auch vier filterplatten also ihr könnt sofort damit loslegen zumindest derjenige der es jetzt gleich gewinnen wird und den gewinner des filtersystems den suchen wir jetzt hier auch mal raus und zwar gehen wir dafür noch mal auf pick a winner und dann sucht die software noch moment und dann haben wir hier den gewinner des entsprechenden filtersystems und zwar ist das karsten block casten herzlichen glückwunsch dir zu deinem neuen filtersystem alle drei gewinner auf jeden fall meldet euch bei mir schaut mal bei mir auf die home seite auf meine youtube seite oder geht bei mir auf die webseite ricobest.de und dann schreibt ihr mir mal eine e-mail mit euren entsprechenden kontaktdaten denn ich brauche noch eure adresse um euch das ganze zuzuschicken an alle anderen die nichts gewonnen haben seid nicht traurig viel vielen dank fürs mitmachen denn es wird in kürze neue verlosungen geben ich werde auf jeden fall noch mal ein gewinnspiel vor weihnachten machen habe ich mir ganz fest vorgenommen und dann habe ich mir auch überlegt ich bekomme ja immer öfter sachen auch zum testen von herstellern geschickt ich werde einige dieser sachen dann auch entsprechend an euch gleich im video im review quasi im anschluss darauf verlosen denn es gibt tolle sachen die zugeschickt bekommen aber im endeffekt stelle ich mich damit zu nicht alles kann ich dauerhaft davon auch gebrauchen oder ich habe schon was ähnliches es gibt man studio licht oder so eine geschichte wo ich sage habe ich alles schon brauche ich einfach nicht bevor ich mich damit zustelle werde ich es an euch dann entsprechend im review immer verlosen machen wir auf die gleiche art und weise ihr lasst einen kommentar da es hat super funktioniert ich suche mir das hier mit dem plugin kann ich euch dann raussuchen und dann gibt es eine entsprechende verlosung und dann könnt ihr auch künftig wieder was in einem meiner videos gewinnen das war es 15.000 abonnenten mittlerweile sind schon weit über 16.000 vielen vielen dank an euch dafür vielen dank fürs video schauen auch wenn ihr nicht gewonnen habt dann seid nicht traurig wie gesagt es wird in zukunft auch weitere möglichkeiten geben was tolles bei mir zu gewinnen in entsprechenden reviews wenn euch das video gefallen hat auch wenn ihr vielleicht kein gewinner seid dann lasst mir fürs video gerne daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen videos und vielleicht auch einer neuen verlosung wiedersehen wollen und das noch nicht gemacht habt dann abonniert doch gerne meinen kanal in diesem sinne bis dahin